Aber du wolltest nicht was einsetzen, weil du sagst, wir kriegen so viele Schnecken. Ja, das auch. Die Kartoffeln, ich weiß nicht. Sicher werden sie die Kartoffeln auch essen, wenn da so viele Schnecken kommen. Die fressen auch Kartoffeln? Die Blätter, glaube ich, schon. Und wenn sie zu viele Blätter, dann werden die Kartoffeln auch nicht unter der Erde, weißt du. Das ist das Problem. Ach so, das ist diese Seite, was wir gesehen haben. Sie sehen auch nicht aus, gell? Das Haus ist auch lieb. Das ist nicht lieb. Das ist grauslich, aber eher gewillt. Ja, aber die Aussicht ist schön hier oben. Schau mal, hast du gesehen? Schau mal ganz genau, Wolfi. Ein linker Baum ist es auch nicht. Nein, weil aufgeblüht. Nein, das ist kein linker Baum. Hast du gesehen? Nein, das ist ein Kastanienbaum. Das ist ein Kastanienbaum. Schau, siehst du, das ist zu früh. Die Blumen sind runter. Oder sie kommen erst. Na, nicht mehr. Keine Ahnung. Ich bin nicht sicher. Ja, wirklich. Eine schöne Aussicht da oben, wirklich. Ich gehe da mal wirklich allein und dann bin ich ganz, ganz vorsichtig. Ich habe gesagt, sobald ich das schalte ein, er redet. Und dann berühmt auch noch. Boah, so eine schöne Blume. So eine schöne Blume. So eine schöne Blume. Ja, jetzt ist 19, 19.16 Uhr. Und trotzdem ist... Boah, ist mit der Novak sicher fahrst du nicht mehr dort, oder? Ja. Fredl ist sicher. Das ist ja ein Ding. Fredl war schon Leben, aber der Kastanienbaum, ja? Ja. Hast du gesehen, wie der weiß es ist? Kannst du ganz kurz nur stehen? Nur ganz kurz. Ja, ja, genau da weiter. Ja! Da hinten. Super. Weißt du, was das da hinten ist? Da schreckst du nicht? Ja. Nein, die Winterräder. Ah, so schön, schau. Das ist ja die... Das ist der Beautiful View. Die Winterräder da hinten. Ist das die Coalp? Obst du ja, Marc. Das ist die Coalp? Das ist die Coalp. Coalp? Nein, wenn das der Schreck ist, dann darf das nicht die Coalp. Das ist schön da oben. Das sind ja Winterräder da oben. Schön da oben Sie, gell? Was sind denn das für die Winterräder bei denen? Schön da oben Sie, gell? Ja. Was sind das für die Winterräder? Das ist die Coalp. Das muss die Coalp sein. Das hier ist das die Coalp. Hast du gesehen? Die Berge sieht man ganz. Das ist die Coalp. Das ist die Hütte. Nein, die nicht. Das ist eine Hütte da. Nein, ich meine eh nicht die. Nein, die Hütte ist da ganz oben. Ich habe gedacht, die da oben. Nein, Schatzi. Tschüss. Haben wir trotzdem die schönste Aussicht gesehen. Ach so. Schönste Aussicht. Nein. Nein, das ist nicht der schönste. Ja, aber ich meine hier in dieser Umgebung. Weißt du, da oben ist wirklich schön. Da oben ist... Nein, da steht da oben. Ja, da steht Autos. Ah, das ist glaube ich auch. Ah, das ist der Junge. Ah, das ist der Junge. Der Junge. Ja, wir können ja schauen, ob noch. Ja. Was? Ja. Aber ich glaube nicht, dass jetzt noch der Autos ist. Na, Bulpi, wir gehen nach. Er hat morgen Kindergarten. Ja, ich weiß. Ja. So wie man immer heim geht. Bitte, du trinkst bestimmt nicht. 100%. Ich kann keine trinken. Wenn, nicht. Normal muss man zur Hütte raufgehen und den Sonnenuntergang fotografieren. Ja, aber jetzt ist nicht das schönste... Heute? Na bitte. Heute ist das schönste. Da ist niemand da. Das ist sein Sohn. Das ist sein Sohn. Unbedingt zeigen. Und was ist mit dem Autos da? Sein Sohn. Eben. Noch keiner. Das ist... Der alte Nowak trinkt ein Bier. Und dann? Mit dem jungen Nowak. Ach so. Die Bullen das nicht, dass du da... Du bist. Ja. Entschuldigung. Ich komme gleich. Hallo? Aray ko, awa Oh nein, nasira yung aking hikaw Guys, nasira po yung aking hikaw Kasi naano ko ng bag Nang medyo nahihila ko siya ng bag Kaya naputol po Ay, 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 naputol po Naputol po yung aking hikaw Sayang Ay, hindi Natanggal lang pala sa tainga ko Ah, buti na lang Natanggal lang pala sa aking tainga Yeah, ah, aktol piterot Yeah So guys 9, 20 7, 20 PM na po dito Pero ang ganda ng araw Ayan po ang napakagandang view Mula dito sa taas Ng bundok Mag-aapat na taon na po kami dito na Laging pumupunta Mag-aapat na taon na po The young leaves of grapes Guys So ayan po yung grapes Ayan, nakita po ninyo yung young grapes Ayan po, ayan The young grapes is coming The grapes Ayan po ang ubas Natumutubo po sila ayan Ayan po ang ubas Ayan po ang ubas Natumutubo po sila ayan Ayan po ang ubas Ayan po ang computer Laruan Hindi naman kasi laging Kailangan dala yung computer Shotsie Sanyo papa Those two Sany kleinish Sany hindish So guys Ayan na po Napaka-beautiful Beautiful Beautiful Ang kanilang Guys Ayan Napinakita ko na po ito Noong Isang araw po Sa isang Aking vlog Ayan po 722pm na po ngayon Pero Maaraw pa po Kasi ganito po yun Sa kanila sa Austria Hanggang 9.30 ng gabi Maliwanag pa Pag March 2 March 2 September Hanggang 9.30 ng Gabi ay Maliwanag pa po At ayan po ang Field ng grapes So flower po ito Yan ang ganda ng flower nila guys Nakita po ninyo Ang ganda po Yan ang ganda po Ng bahay dyan sa bundok At ayan po ang walnut tree Nakikita po ninyo Walnut tree That is the walnut tree Guys So beautiful guys Look at this So beautiful 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 Guys The beautiful flowers The beautiful Beautiful flowers Guys So nice So nice Ayan po Ayan ang ganda ganda Nice I love this view Really Love 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 this view Believe me guys In love na in love ako sa lugar na ito Maniwala lang po tayo Gustong gusto ko po itong lugar nila God bless you God bless you all God bless you all Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat.